Moin zusammen, weiter geht's mit Wartales und ähm, ja ich bin ja gerade hier aus der Stadt raus und wollte in die Richtung diesen Kampf hier bestreiten. Ich glaube einmal versuche ich es auch noch. Es hat sich eben mehrfach aufgehängt, leider. So, Haken ist gesetzt, Spiel ist gespeichert und ran da. Eber, Leitsau, ja ich greife sonst einfach mal die hier an. Obwohl, ne, ich muss an die Banditen, ne? Na komm schon. So, guck mal, diesmal hat er sich nicht aufgehängt. Es kam auch eben noch ein kleines Update, auf jeden Fall die ganzen verbündeten Tiere kommen in die erste Reihe. Oh Gott, ich guck mal, wer ist denn hier hinten noch ganz unterwegs? Warum eigentlich nicht? So, ohne... Wer kann nochmal hier tauschen? Noch ein Bären, da oben hoch. Gut, Maradeur am Zug. Der dort. Ja, trifft irgendwelche verbündeten Schweine. Frage ist jetzt nur... Wo möchte ich angreifen? Ich glaube, den hier rum. Na dann, die Sau. Autsch. Autsch. Leitsauen? Kaputt. Oh, nicht verkehrt. Ein bisschen Bogenschützen noch. Leider nicht. Schweine ist kaputt. Bilder war da oben. Das ist jetzt so eine Sache, ne? Guck mal hier, wie viele Bogenschützen da noch sind. Übeltäter. Guck mal, so einen kannst du eigentlich mal schnacken hier. Wer das tatsächlich überlebt, ne? So, jetzt ist er da. Jetzt rein an den Bogenschützen. Okay. Jetzt rein an den Bogenschützen. Und jetzt rein an den Bogenschützen. Ich glaube, das ist das. Und jetzt rein. Ich bin da. Und jetzt rein. Bär da in der Mitte. Bär da in der Mitte. Ein Wilderer hier oben. Wird sehr wahrscheinlich auf meinen Bären schießen. Mein Ding könnte ich eigentlich fast ran, ne? Lassen wir aber. Oh ja. Oh ja. Hier hoch. Und genau dazwischen. Schade. Äh, Canover, Marodeur. Na komm, der da weg. Autsch. Der ist gleich dran, hier, ne? Wie gut. Und Stopp. Da oben ist ein Wilderer und dann ist ein Eberanzug. Kriege ich den Wilderer da oben? Ne, nicht wirklich. Es sei denn, ich Sprintwinder. Ich probier's mal. Okay, naja. Nicht so optimal, aber... Immerhin gut Schaden angerichtet. Ich hab noch wesentlich mehr Rüstungsdurchschlag, ey. Ja, kommt da leider nicht ran. Schade. Äh, hier unten ist jetzt dran. Mal gucken. Vielleicht hab ich ja Glück. Und das wird ein Crit. Tatsache. Sehr gut. So, Lauhal. Holt sich jetzt den her. Holt sich den von hinten. 58, was ist das denn? Da oben ist ein Marodeur gleich am Zug. Warte mal, ich hab doch irgendwie noch Bogenschützen, ne? Wie sind denn die alle? So ne Lade. Antigun. Ah, ich will den auch nicht im Weg stehen hier, den Leuten. Ja, da kommt nicht rein. Schade auch. Das ist ein Quilderer, ne? Ach. Autsch. Aputz. Aputz. Sehr gut. Und tot, ne? Sehr schön. Wer ist gleich dran. Hinten ran provozieren. Schaden verringert. Oh, cool. Ein Poster. Oh, der war schlecht. Der war richtig schlecht gerade. Okay, der da oben ist gleich dran. Oh Gott. Okay. All right. Okay. 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 schönen rücken getreten das hat es jetzt natürlich auch gebracht nein nicht und den höchstens rausschießen versuchen nach zielwasser trinken jetzt aber so ist fein so du willst es wissen gegen ein bär hier ist gleich dran ok mal gucken krieg ich den noch getötet bevor ich komme gar nicht durch doch komm ich schön ein punkt wieder on top das ist noch ein wilderer anzug der auf drittlinien schießt das schloss da drüben kommt nicht hin kommt nicht hin kommt auch nicht hin auch schön ich habe nicht hoch, ne? Egal Vielleicht bleibt er ja auch stehen Schade Hä? Wir haben eigener in den Rücken geschossen Was für ein Depp Bin ich noch durch mit dem Schlagkabel? Leider nein, aber so auf jeden Fall Und einen Punkt wieder an Top So Trittlin Hol dir mal zwei Punkte Die Grenze hier auch zwischen Die Töte ist die Beide Ja Oder, guck mal Kannst du auch mal hier zwischen Und die beiden da noch mit Weckrocken Und? Ah, hab noch ein bisschen Lebenspunkte Aber viel ist das echt nicht mehr hier Jetzt kommt erstmal lange lange nix Was ist das? Was ist das? Ach, scheiß drauf Wählt den Schaden den Banditeneinhalten Kämpfen an eine anzufügen Um 30% Ziele werden zu Prioritätszielen Oh, ganz clever Schwein Ganz clever Schwein Der ist gleich dran Oh Ich tue ich, ne? Gehen ja alle grad ein bisschen Doof im Gehen, ne? So, der kommt mal kurz weg Oh Hier ein bisschen Platz zum Durchflitzen Auch kaputt! Sehr geil So, wer ist jetzt am Zug? Wer da? Nur Jahr... Neben einem Verbündeten Okay, laug mal wieder zurück Geheilt Äh.. ein Pokémon ist Ahem. ob der war schön überhaupt noch gegner der da der da nein, die hält mir nicht ab Oh, zingelt. So, einmal reinhauen und Platz machen. Ach, Mist. Döde Sau. Kaputt. Und raus. Oh. Raut ganz schön durch. Der war schön. Die Axt ist so geil. Ah, noch drei, ne? Ich muss mal gucken, wo sind die überhaupt? Da ist einer. Kaputt. Und dann sind sie nur noch hier oben, ne? Der Letzte. Der Letzte. Eine neue Runde beginnt. So, Teddy und aus. Sehr schön. Alles plündern. Auch die Leichen nehmen wir mit. Alles behandeln. Ne, guck mal. Ich bin doch eh schon noch hier oben, ne? Guck mal. Dann schleifen wir uns einmal in die Stadt zurück. Was soll denn? Die Schweine kommen jetzt auch noch ran, ne? Oh. Hölz noch hinter mir. Ah, komm, die Schweine holen wir uns. Wieder sollten das nicht mehr sein. Nicht weglaufen. Oh, Geron ist ein Level hoch. Und da ist eine Wache, die mich sucht. Äh, Bewegung. Ja, warum nicht? Ich rufe sieben. Klasse. Nicht weglaufen. Oh, das. Boah, wie nervig. Jetzt haben wir selber gleich. Na, endlich. Nochmal 37. Schwein, Schwein, Schwein. Oh, guck mal, da ist ja auch noch Schweine. Oh, ja. Die mit ihrer super Axt. und die von hier unten runter. So eine lade hier. Schweinstoper brauchen wir nicht wirklich. Und hier unten runter. Nee, guck mal, Ohlen, der muss da hin. Und der fängt auch an jetzt. Mann, die Sau ist eh gleich tot, da brauche ich mich gar nicht drum kümmern. Lassen wir links liegen. Und guck dir mal. Geil, Alter. Na komm. Auf. Aintway. Und drei. So, da ist die nächste Sau und da oben ist eine Sau. Klasse, ein Träumchen. Autsch. Oh. Miss. Okay, dann bleibst du halt drinnen im Kampf. Schlag-Hagel. Sehr schön. Noch ein weiterer Punkt. Und stopp. Okay, mit der Light-Sau muss ich hier nur ein bisschen aufpassen. Und? Crit? Schade. 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 Schade treffern. Ach. mit denen brauchen ein bisschen können uns mal hier oben drum kümmern und der sogar gleich dran hier ist irgendwie gebremst nena nur mit bären am horizon hört man sie quixen muss jetzt eigentlich möglichst viele in kämpfen verwickeln und damit den rauchschleier da rein kloppen ich bärtschwick auch nach oben da ist eine falle dann lauf da mal links neben oh scheiße was machst du denn da blöde sau 110 so schön so er könnte jetzt den rauchschleier machen der ist dran der ist gleich noch dran ja auch ganz runter abschlachten so hier haben wir einen kampf verwickeln ouch 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 rauchschleier nehmen es ist ja nach vorne so 1 2 3 4 so und dann noch neben einem verbündeten ohne im kampf zu sein nein komm ich nicht mehr ran ok dann halt nicht scheiße so so Pony des Todes Ja guck mal Vielleicht kriege ich sie ja die nächste Runde in die Falle geschubst Na ja ran an den Bogenschützen, das ist doof Die Poste So guck mal, den Eber kannst du abschlachten Gibt da wieder einen Punkt on top Ganz knapp ne Die ist gleich noch dran Oder mal die hier von hinten Wieder einen Punkt Nur noch diese beiden hier Na ja Na ja Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Der ist gleich ans Lug, dann muss ich den jetzt irgendwie wegbekommen da. Ach so zum Beispiel, schon mal ein netter Anfall. Ach so, schon mal ein netter Anfall, dann muss ich den jetzt wegbekommen, dann muss ich das wegbekommen, dann muss ich das wegbekommen, dann muss ich das wegbekommen. klein schritt noch jetzt und noch ein schritt zurück in die falle schade nicht gereicht der hier wird gleich zerlegt der hier ist auch gleich kaputt hier runter an den schaden ab und stopp sehr gut hier runter hier hin und schoss ganz gut da genau hinter ach gott okay habe ich ein glück dass der aus dem pferd geht ok und stopp der hier ist gleich dran ach scheiße sehr schön oben ist nehm ich gepennt jetzt nährt kein punkt mehr grad nach in einem gegner ohne im kampf zu sein kaputt unheil 78 sehr schön ja die beeren machen jetzt hier eine schranke der ist dran der ist dran ok hier haben wir gleich auch beide kaputt wahnsinn einfach nur wahnsinn diese angst und stopp auf Das war's für heute. Ja doch, kommst du hier hin? Der kommt jetzt genau auf dich zu und du stopst ihn. Und stopp. Schön. Der ist gleich dran und dann ist der da oben dran. Oh, das ist gar nicht gut, dass der hier oben gleich dran ist. Ich sollte weniger pennen beim Kämpfen. So, der ist gleich dran, weil der ist fertig zu verhindern. Die Leitzau ist down. Einmal wiederbeleben. So, die Poste. Nein, glück das nicht. 106. Okay. Kaputt. Treffer. Und stopp. Mist. Es gab keinen Stopper hier. Oh, du kannst mal hier unten runter und da mit rein kloppen. Ah, läuft nur nach rechts. Schade. So, drittlin kann man ein paar Punkte wieder fachrütteln. So, drittlin kann man ein paar Punkte wieder fachrütteln. Und weiter auf Chicks. Und? Noch unten rechts? Nee, bleibt stehen. Aber der unten auch nicht. Der muss aber gleich nach rechts laufen. So, ran ans Schwein. Wo ist die Leitzau? Und dann ist die Leitzau. Das war's für heute. 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 Nein, nichts demoralisiert. Das war's für heute. 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 Auch neue Rezepte. Das war's für heute. Habe ich da eine neue Ausrüstung bekommen? Und... Und... Das war's für heute. 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 dazu aber dann noch essen mit fleisch spüße warum nicht alle weg und ein stück trockenfleisch so rasten sehr gut laura oh geil ist auf level 5 jetzt distanz im krippel befinden die stabilisierung abgeholt null verringert jedes mal wenn er mit nachbarn der verbündung von einem gegner im nack auf eingriffung führt er diesem gegner neuen schaden zu solange dieser annehmen an einem verbündeten steht ja guck mal hier das da der fassung und dann kriegt er jetzt auf wo ist er laura war das hier du kommst jetzt mal da weg die karlik geht da ran so zack zack sieht doch schon viel cooler aus jetzt können wir den kram auch noch kurz verkaufen karlik ist auch ganz kurz vor dem level aufstieg sehr schön mal raus hier das auch dann gehen wir noch mal in die apotheke äh da medizin sehr gut so und den anderen kram alles in die kiste da ist noch ein schmuckstück den wir verkaufen können und verlassen klasse cool dann würde ich sagen mache ich hier eine kleine pause und sehen wir uns gleich wieder viel spaß wieder und bis gleich und schau so so so